da oben war doch grad wer ja das ist und das ist Molter ach Molter ah ich hab's geschafft Shadow ja bei mir auch schon Molter hast du noch nachgefallen? ja also Molter dann hast du auch schon 100 Pfeile rein ich hab noch 500 Pfeile das war auch gar nicht Polymer weg wir bräuchten einer muss Level 97 werden wir brauchen Biotoxin damit wir Schocken ausmachen so das Wechsel schlüpft gleich dafür muss das dann auch irgendwer holen ja aber das ist doch nicht schwer zu holen weil es ist zu länger werden dass du auch eins claim kannst das kannst du ohne Flossen holen dann wobei sind die Quallen hier ganz am Boden wir haben uns schon drunter gedreht es sind sehr wenig noch wow ich bin ganz gut weg was was ist das ne ja du kannst jetzt nicht weg wenn das Baby gleich schlüpft das ist schon geschlüpft das ist schon geschlüpft achso das ist ja mal die pure Enttäuschung und wie viel haben sie das runter gedreht weil Quallen sind ja so schon ziemlich selten Alter ich hab bis jetzt zwei gesehen mehr nicht ich geh mich vergraben bei dem Baby ich na gut der letzte mitnehmen müssen oh ja männlich mit 2800 Leben ich machs gleich kaputt what nein what ist das unclaims was denn tu la coli oder was rex achso ja keine ahnung mit 2800 naja Skilling einfach nur auf movement speed und dann haben wir einen movement speed rex damage ne Katze kann dann trotzdem tot beißen oder einfach nur auf den Sack gehen meine Rüstung reparieren die musste grad ein bisschen leiden mein Terry naja ich will jetzt nichts sagen aber ich glaub wir haben den stärksten Giga mhm er ist noch nicht in der Base ich find's halt nur lustig dass wir den denen abgeluchst haben hier hier Alter ohne uns hätte sie den nicht annähernd ja ganz so kurz ja ganz so kurz hallo ich hab ihn gefunden und dann endgültig wettgelockt ich brauch ähm ähm ja chill rein äh ja tut leid hol dir mal jetzt dann doch der Vagina alter ja ich bin halb pro le weißt du ich mach mich jetzt gleich eigentlich sowieso aber Impi du darfst jetzt schon wieder schneiden mit dem Cliff ach was das kommt rein der Spruch muss rein das ist der Aufpark-Spruch der muss rein ja kann das nicht irgendjemand für mich übernehmen hier Pfeile auf den Giga schießen so ein Bot müsste man mal entwickeln also eigentlich frage ich dich immer warum Impi schon über 100 Stunden in seinem Schneideprogramm hat der's weiß ich's ja wegen dir ja alles Pole weißt du wie dieser Bot sich nennt das Autoklicker ja wer Pole fragt nach einem Bot der durchgehend für ihn auf den Giga schießt nennt sich Autoklicker naja aber halt auch Crossbow wechselt ne wenn der Crossbow kaputt ist ja ach ist es dir zu anstrengend kurz 5 Minuten vorm PC sitzen zu bleiben ja läuft ich hör irgendwas ey ich find das neue Giga schreien so geil alles gut hab ich noch gar nicht gehört sind da alle Base-Tore offen sich richtig scheiß an meiner Meinung nach er besser als das davor exacrossbow im Arsch das davor war der warum schiehst du so schnell weil ich ähm einer war halb kaputt und der andere war so 45 äh Ende hier ich geh mal die Pfeile rein die ich noch hatte ich hab noch 160 Pfeile ne Wolf waren noch ich hab ich gesehen ok ich nehm mal den noch aus dem Wolf ok in der Base haben wir auch noch 400 so sag mal an das ist soll ich schon Taming ist hier mal was nochmal 50 Ente ok er braucht einen Matten zwei Minuten und keine Narkotik Ente das brauchst du stopp Ente und Ente Mulde mache Brunt Polymer ja Mulde willst Terry jetzt kurz level und dann halt äh Perle weil ich beim Giga bin ey aber hier läuft halt keiner vorbei ne den soll ich ruhig sind prophezei es nicht war so feig lecker kann man irgendwer irgendwie 2-3 Tots gewaffen Terry Terry level einfach schieße warte wie viel hast du schon reingeschossen ungefähr also ich hab jetzt bestimmt 200 rein klar ist der Cosmo kaputt ja geh ansonsten ein paar Bäume holzen ja ich will kurz noch ein paar xp so dann geh ich gleich auch noch Bäume holzen dann haben wir wahrscheinlich schon knapp 350 drin weil wenn jetzt Tots kommen dann gibt es gut xp ne kurze paar machen aber wenn ihr der Loot so hoch ist dann bringt doch eine Qualle bestimmt 500 600 Toxin oder sitzt du vor der Hilfe ja ja ich steh direkt neben Fabrikator ja dann ist eine Qualle in 150er Gigatame weil du brauchst 200 ich glaub Toxin ist gar nicht so fürs Zähmen wichtig sondern eher die vp ja wow das ist halt so lächerlich ne du stunst die Leute bohlers sie und Rocky in die Fresse ich will das nach bohlen gleich Rocky ne 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 manche Leute überleben dann Rocky deswegen bohlen ja und oder oder du schießt ihn mit dem Reppling Hook ab und dann schießt ihn mit dem Rocky ab oder einfach zweiten Dart eh als ob unsere Deodons alle weiblich sind so wir können die Paaren wir haben ein Weibchen äh Männchen ja wo haben wir die Lagerfeuer ja ich parli mal ne haben wir überhaupt Lagerfeuer ja wo hatten wir ich geh dann jetzt zum zweiten ein bisschen Holz fahren da wie toll sind Terrier eigentlich auch weniger im ersten schuss habe ich gar nichts mit ey alter das ist ja echt so lächerlich hat nesos immer noch kein internet ey alter nesos jungs das ist so lächerlich unser schwein hat einfach doppelt so viel leben wie unser rechts also die babys das leckerlich ist diese aber aber auch futschilden weißt du äh hakuna matata das singe ich jeden tag oder was nennt man als team konig der löwen dann brauchen wir eine äh baumkatze wir brauchen eine ente den affen haben wir doch doch eh wir haben wir haben innerlich alle gelacht ente du hast auch mal gelacht gibst du ente lacht nie ey impi ich hab nur noch 70 feile ne halt die klappe ich zieh der arsch ich hab noch 700 meines 300 hä mit nem knüppel pull nanny wie viele medias ja knüppel wenn ich das schaffe er oder schlage steinschleuder ne das geht auch fett er wird zu der letzte schuss oh mein gott der schluss wie viele die familie das ist so typisch so krass 90 und das ist ein 150er wenn ihr den weg der macht kriegt er zu 100 prozent mehr das heißt er kommt wahrscheinlich mit über 200 raus denn die dürfen wir nicht spielen erst die bauen so eine fette zucht einfach nur mili einschreiben und gut essen wie sieht es aus brüten wir heute schon das erste ei aus wir machen das gleich und brüten weil das lange dauert pull nanny mach mo mach mo bill von der step dass wir es vergleichen können mit restart die wird restart mach einfach ein bild mach ein bild und der wird nicht geskillt er wird erst nächste session geskillt ah willst du gucken ob sich daran was ändert oder was ja das wird solle bild ok rennst du zurück fährt der sattel oder ich ich bin auf ciao schön viel Spaß doch ich müsste halt ich müsste halt jetzt eigentlich weg alter wenn der grieger jetzt stirbt dann bist du schuld kürt müsste halt jetzt eigentlich nein ente du du musst ihn beschützen mit deinem leben aber du du hast okay in deiner adresse zu wenn der grieger unnötig ist stirbt der ja aber ja komm das ist nicht mein problem nur rechts junge ich geh in das linke stargate whisky ähm kann irgendjemand drunter zum stargate kommen mit dem giga sattel ja das ist schneller geht hopp äh chef ich hab grad war der c4 ich bin in 5 minuten drauf das brain ist nicht ganz so schnell ich nenne meine lehrer auch immer bingoin insel ich brauche mit perry länger nach hause als wenn ich zu fuß reinge es könnte aber sein dass ich nicht mehr bin es erinnert mich an morgen gelusten wo es reinkommt morgen gelusten morgen chef ich werde wegen euch auch bald österreicher ja auch du scheiße ja bitte komm nach raus bitte du ruf die einzigste drauf geh da mal drauf drauf geh ich bin kein Österreicher du bist felser wie LP impi impi da war ne katze ne ey warum bin ich stupor ALA FICK DICH wir locken da weg ja ah ne in meine richtung impi man jetzt musst du dich schon selber rausschneiden der war bei mir ja ah ne nein impi du musst ja grad sowieso schneiden darf ich noch ein bisschen beleidigen bitte nein impi schneidet sich nicht selber raus impi schneidet uns raus er darf das erst tribe owner muahahaha so ich bin drauf ok wo bin ich hier warum hat sich die base so verändert er ist getrapt er ist getrapt ich hänge fest ist einfach nur soll ich losla- ne ich lauf nicht los ACHE he 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 klar komm so nono ich lauf nicht los hilka ich warne dich ich fuh nur runter bist du an der base ja kannst du den gigasattel zum stargate bringen ich imprinte grad die ganzen dinos jaa häh, my mates die alten camper ich bring die ich bring den du bist schon wieder hart am stargate camp die clandest enty we clandest und hier muss ich das angeschlossen oder nehmt eine andere tür okay das hat hier gerade so klang gemacht das war mein schild bei maids camp stargate echt oh shit er hat ohne atmen gemacht als ob die jetzt diese ganze session lang an den stargate gepimmelt haben ganz exo ey äh haben wir schon ein gigasattel? oh endlich kam ich da rein ich habe endlich viel Polymer geholt ja den gigasattel haben wir schon wo ist der Fisch hin? in dem Wolf auf dem ich drauf sitze bringst du ihn oder soll ich bringen? ich war noch nie beim stargate oh ich weiß gar nicht wollen wir zusammen hingehen dass du es mal lernst ich weiß gar nicht wie Impi und so hier sterben konnten früher dann nimm ne Katze und zeig mir oh lebt mein Sucuk noch? lol seit wann kann man den zwei den arg machen? wer ist der wirklich tot? lol ja warum ist mein Sucuk gestorben? wir hatten Hunger also war nicht geschmeckt oder so war es kompulant hä echt jetzt? ja bei dem Kampf um den gigasattel hä irgendwie hat er es gelesen wer wählt unser homestargate an irgendwie hat bei den Namen erst gelesen keine Ahnung ich bin's nicht wählt schnell ab ich will da abwählen die sind gerade weg gib Gas bitte irgendwie hast du ihn getötet? wähl abwollte so geht er selber rein erst rüber ach du scheiß okay aber zusammen ohne leerzeit wähl ab bitte schnell kann nicht abwählen nur durchs große Geld geht raus Oelka Birgit bist du schon auf dem Weg? Oelka wollte mir das Stargate zeigen Oelka der Schlauke oder was? nein guck mal Fischchen ich find's am vau witzig dass er die ähm WhatsApp Smilies ja ich will dann wähl mal bitte ab dass ich auch durch kann IP 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 warte der... 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 der Walfall ist noch nicht so aufmovement ja ja der selber Tuf ist selbst bitte 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 er wird mal in den Tal gelehrt Jungs ich hatte achte Raketen dann seh ich dir hässlichstens weil ich dich nie gesehen hab sind eh von Steam ihr Asis Jungs ihr Asis Bruder hast du meine Raketen gepolt? ne ne? ja bestimmt nee hab ich nicht aber ich musste checken ciao ist... wer... wer ist jetzt weg? Bruder wegen Eltern glaub ich da musst du doch schon lange auf... ne ich jetzt du wärst schon gar nicht wo ich... ich? ja ich bin das Brain ich weiß wo du bist Leute was es mit uns als Tag ist warum kann ich da nicht hinwählen? offensichtlich weil jemand vergessen hat es abzuwählen äh bist du hinter noch mehr? ja ja äh ja frier jetzt gleich also lauf ich jetzt doch mit dem Geekord Stamina Impi wir kommen ja warte Stamina ja alter so lange kann es doch gar nicht sein dass das Stargate angewählt ist oh danke ich geh da hin und check das Bro ich schick das für dich so ich hab ein Standbild ich hoffe das ist normal ja okay jetzt einfach die ganze Zeit immer wenn du hier unten bist gegenüber vom äh... du gehst jetzt mit mir mit zum Stargate genau ek nimm aber das andere Stargate nicht das von hate my mate ne das... wir wissen schon das... welches Stargate das weiß ich Impi? ich weiß so nach rechts ne das Stargate dann bin ich jetzt weg so und immer hier am Strand entlang ja du... du gehst mit mir bis zum Stargate ja ja ich... ich komm auch mit wie geh... ich geh auch mit dir zusammen durch der Giga muss verteidigt werden das ist äh... wie eine Ware ich... ich darf den Wolf schrotten ich hab ihn selber getamed user disconnected from your channel äh... ich hab viel... ich hab viel... ich hab viel wertvollere Ware ich hab 5000 Polymer und der hieß Suju du... man... dem neuer oder du Christen ja nein ich hab nicht er hat keinen Anspruch auf Tiere hä? er hat auch keinen Anspruch auf Waffen oder Rüstung oder Essen ich... äh... ich werd gemol... da war ne 110er Schildkröter wo bist du hin? würd... 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 ich bin... ich bin ein Tiermann ich rasiere... ich rasiere einen ganzen Treib mit mit Rüst... äh... hier Stoffrüstung warte mal, ich bin nett, ich geb den Steinschreuder oh, dann kennt ich hab noch ein Raketenwerfer mit einem Schuss ihr habt mich nicht richtig ausgerauft wann kommt denn hier eigentlich das Target? ja das ist voll weit weg von uns alles egal man muss Kilometer laufen so weit ist das gar nicht doch also mit so einem Namen Wolf und Namen Saber ist das schon Alter ich bin da grad Terry hingelaufen ja du bist Molte ja ich weiß ich bin Molte ich bin in China pss fischig fischig ich hab keine Star-Milie mehr also meiner Meinung nach ist auch der kürzeste Weg zum Star-Ged über unser alten Spot ja wird sie erst zum Spot laufen und dann da lang oder was? wo bist du denn? das ist nicht großartig länger oh arg ja weit hinter mir ich hab meinem Wolf extra ein bisschen Stamina gegeben wer ist Johann? das ist doch nicht dein Ernst oder? heißt ich wieder Johann? ja ja der speichert das der hat das unterliegt ja du musst den Favoriten den Namen ändern ja mach ich geil ach so jetzt mollte du hast ein Disconnect ach nee ich wollte ich nur war ich hab ein Game Crash wo bist du? aha hinter dir ich bin immer hinter dir weil ich langsam wie du bin Alter wahrscheinlich ist mein Terrier schneller als hier ja irgendwie bist du äh in einem anderen Star-Ged drinnen so zu so ah da ist das Star-Ged-Fähchen warum hab ich so fett Legs? gut hüch wenn er grad im Base weil ich glaub irgendwer farmt gerade mit Bront hattet ihr auch grad so Ferneinbrüche? ne Giga hat grad irgendwas ringge- pfff oder so sag nochmal stets nicht muss auf Low Memory äh starten oh und mein Set Rüstung wurde geklaut geklaut ihr klaut ja so sehr viel ja wenn du die ganze Zeit da bist wir brauchen das Equipment ja ok das finde ich das finde ich legitim so vielchen ich geh als erstes durch wenn ich sterbe oder Disconnect habe ab dir hast du Arc of Low Memory gestartet wenn wir durch das Star-Ged rauskommen rechts oder links ähm ich hab ein Standbild wenn du Star-Ged drauf schaust ins Wasser hin am Star-Ged hat der die Mod immer noch nicht reingemacht? nein funktioniert aber ich bin durchgekommen ohne Legs deswegen ja Fischchen ich follow dich come on ride down on your saber endlich hoffe 5000 Polymer können dir helfen sehr danke and we are riding mit Tischen durch wir müssen dringend nächsten Mittwoch wann Rexit rankommt High Level Redwood wer weiß vielleicht findet ihr kein 150er und wenns geht 140 plus Giga und 2 ich auch gar nichts gegen haben wir schon äh ne Zucht angefangen mit den Wölfen wir haben alle Wölfe verloren ja nein ja warum haben wir so viele Tieren nicht verloren dann ist die Zucht verreckt Giga Horror Crow Hate Mates achso ihr habt gegen die gecampt oder? ähm jemand muss sich übrigens noch eine Metalltour machen wir haben nichts mehr an Rohmetall ja ich hab so viele Fame Einbrüche gerade ihr auch hm kann ich seh ich gleich wenn ich auf Server bin aber normal hab ich nie Frame Einbrüche oh da ist ein Giga liegt an deinem guten Laptop darf ich vielleicht drauf reiten ja in 3 Karts der Giga ist besser auf Follow hallo 242 wieviel Millie hatte der? steht alles drin aber nicht ja wieviel Millie hat der jetzt? 150 hat er ja ok scheiße gematet Egal 150 geht oh der direkt mal züchten alter der ging jetzt schon an der Base nein ne ne Sattel ist schon ja dann hat er durch den Sattel äh 80 Amor glaub ich 25 ok ja was ist wenn ich ein Orangen habe? viel Spaß du kannst ja suchen gehen wie geht's nicht ach muss nur lang genug suchen nein es gibt sie nicht Molte ach ne nein 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 auf Wallhalla gibt's die genau man muss nur sehr lange suchen Achtung es wird arge oh shit dann hängen dann hängen einer stellt's direkt daneben vor es geht weg, geht weg, ich schieß Rakete da steht einer, da steht einer, da steht einer da steht einer, da steht einer weiß doch mit Giga rein oh shit verliert das Vieh nicht das ist gleich ein Game mit Imperatin, Anubis Anubis Datton, gleich kommt scheiß Stargate Camper ja, mitten im Giga auf jeden Fall welcher Tribe geht mitten im Giga ja, Stargate Cam irgendwie hast du den guck mal, guck mal ob das Beutel ist im Wasser ja, das ist ein Beutel Stargate ist angewählt bring mal Wolfman Disconnected ist einfach und durch oh, daten oh shit hinter euch auswärts zu machen äh, gezüchtetes Rex-Ei und Brontei NEIN ich mein's ernst, doch mitbrick ist da ein gelber Balken oh shit man ist da ein Wolf ist durch das Target ist wieder disconnected egal, ist da nur ein blauer oder auch ein gelber Balken äh, gelber und blauer NEIN, oh alter äh Befruchtet ist Brontei Befruchtet ist Brontei Befruchtet ist Oh mein Gott ja, ja Hopp, bring es mir und du stirbst ähm, direkt ja, ja wir konnten da durch äh, Hund und Saber Leute ich, 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 hasch gesagt Jungs ich bin eine Ente mein Saber ist halt mega low äh, Saber ist gut egal, guck, dass du die Eier und Ding da nach Hause alles gut da ist was auf dein Kack selber wo bist du? ja, da komm da komm soll ich zurückkommen? nein, nein, alles gut ich hab mich im Busch versteckt die Fiechenhautor ab, Fiechenhautor ab Fiechenhautor ab, Fiechenhautor ab ja, ich komm nach der Stargeld keine Panik Leute wir brauchen jetzt nen Ablauf so, was mach ich jetzt? äh jetzt, 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 jetzt ich werd gebullert wo seid ihr? warte, was kann ich machen? soll ich die Eier riskieren und Fiechen retten? nein nein wirst du dich auf'n Giga pack die Eier da rein ich bin jetzt ein Giga ich komm mit Giga wieder durch Fiechenhautor einfach im Kreis und versteck dich in einem Busch so, mal kurz kurz als Statement Drecksei sind einmal 220 und äh die Eltern 254 ich geh die Dinger nach Hause ich geh die Dinger nach Hause Fiechenhautor immer wieder Stargate Fiechenhautor kämpft immer noch, ey was los? ja, ich... ich hab die Eier ich werd das nicht riskieren Fiechenhautor hast du den gebullert? Fiechenhautor hast du den gebullert? Eihsferchen Ja, hätte ich einen Racketlaunchen, würde ich drauf rennen Elka du hast Dungaireich, du rettest die Eier ja, okay Polymer ist da Polymer ist da Polymer will ausgeladen werden Terry wartet O, da, da,Player, nicht durchgehen MP nicht durchgehen ähm Thila Kelo Damit ist completely höch Gl aimables und noch ein Spieler zu Fuß die, die Eier waren denen sehr wichtig ja Ost Kris so, ich komm oder nett Nein, 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 auf gar keinen Fall, das ist eine Falle. Der Giga und die Eier müssen safe sein. Der Giga ist im Moment safe. Ich bin jetzt, ich bin in einem Gebüsch, ich bin in einem Gebüsch, ich bin in einem, äh, vor dem Stargate, sehr weit, Mitte weit weg. Dann chillen, dann chillen einfach. Ja, versuch einfach aus Sicht, außerhalb der Sichtbreite zu bleiben. Wenn du nicht im Tricks die Eier zu retten, iss sie auf. Ilka, ähm, ganz wichtig, hat Fähchen noch ein Tier? Ja. Ja, ja, mein Wolfleiter. Ihr müsst die Eier mit dem Wolf transportieren, wenn Ilka am Ende der Märkte transportiert wird. Nein, ich kenne Trick, du musst, äh, du darfst nicht durch Stargate rennen, sondern springen. Ja. Du bellst ja nicht, doch, alle springen, solange du springst, passiert gar nichts. Ja, also nicht normal durchlaufen. Versuch sie wegzulocken, Fähchen. Da ist noch ein Kano von Rudelbildung, ne, wurde gerade von einem Wolf getötet. Ja, hier ist richtig gerade fettlos, ich warte jetzt schon ein paar Minuten, das sind die, das sind deren Eier. Ja. Da läuft gerade ein Spieler direkt an mir vorbei. Ich bin hin an der Schneegrenze, also komplett durch den Wald durch. Der Wolf ist hier fast RIP. Oh, ich hab den fettesten Busch in ganz, äh, Retro rausgesucht, ey. Hier ist immer noch ein Tülakileo. Wirst du jetzt noch verfolgt oder ist Ruhe? Ich oder Fähchen? Die werden wahrscheinlich mich suchen, weil ich bin mit dem Wolf weggekommen. Ja. Dann chillt du auch irgendwie. Ja, ich bin im Gewicht. Ilka, wenn die ihr No sind, dann ist doch niemand am Stargate, oder? Doch, doch, hier kämmt noch drei Leute. Einer mit Tülakileo. In Ruhe abwarten, irgendwann gehen die weg, wenn's zu Session Ende ist. Ja, chillen, chillen, ey. Die Eier sind sehr wichtig, die Rex-Eier, das waren 150er-Zucht. Und ein Bronto-Ei, oh mein Gott. Was läuft der Ado damit? Ja, selber schuld. Hast du mich eigentlich mit der Rakete getroffen, oder den Spieler? Nein, nein, der Spieler. Und dadurch hab ich gesehen, wo er hinflieht und hab ihn gebissen. Ach, hast du ihn mit Giga weggebissen? Ja, ja, und Ilka hat geloot. Ja, nice. Ich wundere mich, wenn ich mit dem Giga Rinn beiß, warum krieg ich den Loot? Hm, hm. Das ist prozentual. Manchmal Christen, manchmal nicht. Ja. Und bei manchen Dinos ist die Wahrscheinlichkeit höher und bei manchen geringer, bei Giga ist sie, glaube ich, ziemlich gering. Shadow, bist du an der Bay? Ja. Kannst du mit Fallschirm runterkommen? Fallschirm. Fallschirm, ja, ich brauch dich als Reiter. Ja, Gott. Willst du zurück, oder was? Ich schlafe im Giga ohne am Strand zurück, ja. Der Giga muss in die Base. Welches andere Stargate könnte ich dann nehmen, kann ich einfach quer durchs Wasser schwimmen? Äh, ne. Würde ich nicht machen. Ähm, du bist doch Schnee, guck doch mal bei 80,45. Wenn das das Richtige. 80,45, da muss ich einmal quer durchs Schnee. Oder ganz oben drauf ist eins, bei Quizplay. Das ist das zweite in der Liste, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Vielleicht kurz das. Also, Anubis, wie du mal eine Aufnahme sehen kannst, bezüglich Stargate-Camper. Ja, einfach mal den Kopf zulassen. Und ich laufe natürlich ins Spiel daran. Oh, ich hab doch gesagt, chill. Reinlaufen ist nicht chill. Ebi, bist du genau unten am Strand bei uns? Ja. Okay, warte, ich kann runter. Hast du mich gesehen? Ne, ich, ich renne jetzt gerade. Ich springe jetzt durch das Wald. Bleib unten am Strand, oder? Ne, ich bin schon, bin schon Hälfte. So, mein Plan ist jetzt, ich werde zu Busch, zu Busch, äh, laufen. Nein, du bleibst liegen. Es geht ja nix, solange die nicht da sind. Bleiben doch, warum können da nicht gechillt bleiben? Hä, alle sind schon weg hier. Weil da ein Spiel ja schon vorbeigelaufen ist, deswegen bin ich überhaupt weggelaufen. Bei mir sind alle schon weg, aber ich warte immer noch. Warte noch fünf Minuten, Ilka, und wenn es dann niemand mehr guckt, dann geh durch. Dann, dann komm ich erstmal zurück und auf einmal vorbei. Ja. Bis vor dem Spieler wieder weg. Sieh ich mich, Shed? Ne, ich seh dich nicht. Bist du gerade auf dem Hochweg, oder bist du auf dem Flächen? Ja, ich bin schon auf der Lichtung. Lichtung. Auf der großen. Die Baumwärme in der Nähe. Ankühlung. Ich weiß es nicht, wann ich dabei war. Ich glaube, ich seh da eine Lichtung. Irgendwie welcher Treibler das ist. Äh, Ruidobildung, oder? Ja. Ah, guck mal, jetzt lenkt der. Ja. Oh mein Gott. Ja, egal, wir haben eine Aufnahme oder was, Holger. Der Feld mit dem, Dude? Dreht die Lichtung, wo er es anscheinend ist. Das Mimimi stark in dir ist. Alter, ihr habt den doch noch nicht mal in Stargate abgekämmt. Nein, wir wollten selber nur durch, wir sind gerade hingelaufen. Ja. Wir haben uns sogar angewöhnt. Und der hätte doch ruhig, äh, wie heißt es, durchkommen können komplett. Der Giga-Head den so oder so weggebissen. Das Mimimi, ich finde dich nicht. Bin schon offen. ich gucke die ganze zeit mit karm sich da war ein tüller kilo hier der seit fünf minuten schon weg geritten ist realistische zeitangaben bitte wirklich fünf minuten wir wollen den loot wieder haben sie aber gerne die tiere wieder so geht es nicht ja ich sag doch die eier waren den wichtig 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 welches level haben die brontos da ist euch kurz um die ich gucke es ist doch niemand mehr da so okay brontoi 272 227 eltern und 267 bronto und rex eltern rex level 220 und er in klammern jem jem level 254 ja kein wunder dass das mimimi so groß ist bei dem bronto weiter und er hat auch am starten vorbeilaufen und wenn sie nachlaufen dann sollten wir an werden sie aber nicht die warten nicht wenn sie nicht so entschuldigt sich mal im witzig er schon in der welt trommelwirbel die gröne welt macht gleich das einten er hat die augen offen und geschützt ist das so weit schutzmäßig alles klar so ich kann ich komme auch noch damit ein paar schön mir gleich bleibt entdecken bis ich angewählt habe du musst du mir sagen wenn wer kommt ich pack die eier direkt in den wolf okay nein ich gehe ruhig zu fuß erst mal ist auf unsere seite und dann packt sein wolf da lauf durch ich komme los 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 sind dir jetzt noch welche gefolgt und springen okay ich bin durchgesprungen ich bin da bei mir ist stand bist du macht das ja steht mit euch sofort aus ja mein schrampel geht in ein zwei sekunden weg alles ganz gechillt hat ist da geht es auch wieder zu erwarte mein stand ist er ist weg warte kommen ich weiß nicht ob der wolf nimmt er ausgeladen ich stelle jetzt noch ein Kilo dazu ne hast du noch ein wichtiges einstecken oder kann ich einfach ne du kannst ruhig wenn du es findest nach hause ja du musst sehr weit um einfach immer den strand von und dann irgendwann hoch und dann glaube ich empfinde die base ja hoffe ich habe jetzt kein mitleid das heißt ich lehne jetzt auch vielleicht hätten wollen die irgendwas ich glaube die wohnen gebetet oder so das kann halt alles möglich sein ein Kilo steht jetzt auch vor aber ich nehme den anderen und fahren weiter oder der wollte die Eier jemanden übergeben aber das sind halt alles spekulationen das ist richtig praktisch mit feiern Kilos man stellt den einen dahin enthält den Außenmann nimmt den anderen mit ja aber langsam hat die Frau in vier zu sein als das Leben und du machst voller aus mann flüge wir haben es eingegangen was du machst du voller aus so dass es schon ist und getötet an den ich weiß erst mal in ja in anbrüten oder ja brüte nächste Session machen wir dann das landen ja ein bisschen halt einfach aufpassen dass er nicht schlückt und kurz vor knapp ist geht heute bis 23 oder die die Bube bei mir machen wir dann auch nächstes statt Und Pronto dann halt auch. Pronto, Giga und Rex direkt Anfang nächster Session starten. Ilka kann sich dann nochmal neue Schildkröten... Achja stimmt, die Schildkröten kann auch noch einer kurz paaren. Das sind jetzt dann zwei Eier, die rauskommen. Hey wisst ihr was, Kingcam hat sich einmal zu unserer Base getraut. Das ist so abgemacht? Ja. Auch nicht wegen fahren. Chuuk. Das ist so frei. Verf pelliz inspirational, oder? Wmin